Nachdenkseiten Die kritische Website Ein kurzer Gedanke zur Reichweitenerhöhung britischer und amerikanischer Raketen im Ukraine-Krieg. Ein Artikel von Jens Berger Großbritannien hat die Reichweitenbeschränkungen für seine der Ukraine gelieferten Storm Shadow-Raketen aufgehoben. Die USA werden wohl schon bald nachziehen. Russlands Präsident Putin sieht das als direkte Kriegsbeteiligung der NATO-Länder und kündigte bereits Gegenmaßnahmen an. In Deutschland scheint die Gefahr, die durch diese Eskalation ausgeht, noch nicht angekommen zu sein. Dabei wäre es höchste Zeit, jetzt auf die Bremse zu treten. Eine Aufhebung der Reichweitenbeschränkung wäre nämlich in der Tat eine direkte Kriegsbeteiligung mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen. Der frisch gewählte britische Premier Keir Starmer hat ein Talent für politische Lügen. Zur Reichweitenerhöhung der von Großbritannien an die Ukraine gelieferten Raketen sagte er gestern, Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Dieses Recht unterstütze Großbritannien voll und ganz und biete in diesem Kontext Ausbildungsmöglichkeiten an. Aber wir suchen keinen Konflikt mit Russland. Das ist nicht im Geringsten unsere Absicht, so Starmer. Das ist von vorne bis hinten falsch. Es geht hier nicht um ukrainische Raketen, sondern um britische und amerikanische Raketen. Und es geht um die Zieldaten. Die Ukraine hat nicht die Möglichkeiten, exakte Zieldaten tief in Russland zu ermitteln. Diese Daten kommen von NATO-Staaten, allen voran der USA, aber auch von Großbritannien. Und es geht um die Frage, wer die britischen und amerikanischen Raketen programmiert. Spätestens seit dem abgehörten Gespräch deutscher Generäle, den sogenannten Taurus-Leaks, wissen wir, dass die Briten die Raketen vor Ort programmieren. Hören Sie hier einen Auszug aus den Taurus-Leaks, die Aussage von Luftwaffengeneral Ingo Gerhards. Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Missionsplanung zu machen, ich weiß, wie es die Engländer machen, die machen es ja komplett im Reachback. Die haben auch ein paar Leute vor Ort. Das machen sie, die Franzosen, nicht. Also sie, Q-Scene, auch die Ukrainer beim Beladen des Sculptner, weil Storm Shadow und Sculpt sind rein vom technischen Aspekt relativ ähnlich. Zitat Ende. Als Reachback-Verfahren wird in der militärischen Fachsprache die Einsatzoperation aus dem Heimatland bezeichnet. Bei Marschflugkörpern heißt es, dass die gesamte Programmierung der Einsatz- und Zieldaten nicht vor Ort in der Ukraine, sondern in diesem Falle von den Briten in Großbritannien vorgenommen wird. Zusätzlich unterstützen die Briten, so General Gerhards, die Ukraine auch vor Ort. Bei den Amerikanern dürfte die Programmierung ähnlich verlaufen. Wir halten fest, es geht um britische und amerikanische Raketen, für die die Briten und Amerikaner die Zieldaten liefert und die von britischem und amerikanischem Personal programmiert werden. Die Ukraine ist lediglich der Ort des Abschusses und ihr Abwehrkampf die öffentlich vorgetragene Begründung. Wenn wir das beiseite lassen, handelt es sich um britische bzw. amerikanische Angriffe auf russisches Territorium. Wenn das keine direkte Kriegsbeteiligung ist, was ist, was soll es denn dann sein? Und genauso bewertet die russische Führung die angekündigte Reichweitenerhöhung. Großbritannien und die USA spielen mit dem Feuer. Wenn die Bundesregierung tatsächlich eine Eskalation des Krieges verhindern will, muss sie diesen Wahnsinn stoppen und sofort Druck auf ihre Bündnispartner ausüben. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie unter www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.